Ahoi, ihr Landratten! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Episode von Retroldi Bad Goldi. Eine neue Episode, ein neues Format. Und ich hoffe, es klappt alles. Ich hab jetzt endlich mal die Webcam eingestellt, sodass sie auch in Zukunft uns begleiten mag durch diesen wunderschönen Kanal. Und ich hab mir als erste Schmankerl ein super Schmankerl rausgesucht. Und zwar Super Wolfenstein HD. Ja, ihr wisst wahrscheinlich genauso wie ich, dass Wolfenstein 3D bei uns in Deutschland indiziert ist. Nicht aber Super Wolfenstein HD. So lasst uns gucken und hineinsehen in dieses wundervolle Retro-Game. Und ich hoffe, dass ihr uns fortan hier begleitet auf diesem Kanal, wo wir uns schön in schöner Montur hier die alten Retro-Games einmal kurz angucken. Ich zeig euch mal so, was wir damals so alles gespielt haben und was man vielleicht nochmal ausgraben kann. Indie, hin oder her. Hier gibt es nur knallharte Retro-Di-Bud-Goldi-Action. Es geht los, Freunde. Get strike. What the fuck? Wir sind hier mitten. Mitten im Raum mit einem Schwert. Alter! Alter, das Schwert können wir werfen. Okay, Freunde. Wolfenstein 3D. Wolfenstein kennt ihr wahrscheinlich alle. Es ist ein altes Spiel. Einer der ersten 3D-Shooter, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, von 1994 oder 92. Kurz nach Doom 1 irgendwann rausgekommen. Okay. Und jetzt haben wir hier Wolfenstein HD. Ein Remake von Wolfenstein HD. 3D, dem Klassiker. Und wir schauen uns hier einmal um. Wir müssen Nazis töten wahrscheinlich. Oh, wir haben vier Messer. Ba-ba-ba-ba-um! Ein Medipack. Wir haben 50% live. Scheiß, ob wir das Überleben mögen. Wir wissen es nicht. Okay, wir müssen... Boah, Alter! Der erste Nazi-Mann! Scheiße, Alter! Boah, fuck, Entdeckung! Okay, ich muss erstmal eben bei der Steuerung vertraut machen. Das ist der Scheiße, Mann! Wir haben nichts gesehen. Wir haben nichts gesehen. Okay, Freunde, wir kämpfen uns jetzt hier durch. Okay, wir suchen uns ein Messer. Es geht los. Boah, Alter! Scheiße, Mann! Gar nicht mal so einfach hier! Okay, der zweite ist down. Die, you stand of a bitch! Okay, es geht los. Hier... Hier haben wir ein Hüllchen, ein Hüllchen. Wir gehen... Wir gehen down in dieses Hüllchen. Okay, ein paar Waffen. Ein paar Messer können wir immer gebrauchen. Boah, Alter! Scheiße, Mann! Was ist das denn, ihr Patron? Press one to switch weapon to pistol. Okay. Wir sind down. Scheiße! Nochmal das Ganze. Okay, ich gebe zu. Das Spiel hat mit dem ursprünglichen Würfenstand nicht mehr viel zu tun. Ist ja auch alles komplett in 3D. Nur die Wandtexturen und die Türen... Hilfe, mach die Tür zu! Lauf, 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 lauf! Lauf! Okay, wir haben die Pistole, Mann! Drei! Oh, es tut mir leid, Hundi. Bin ja eigentlich nicht so der Tierquäler, aber... Was soll man tun hier in dieser Welt? In dieser rauen Welt? Voller! Gatze Schweine, lauf! Gap psyched, uah! Okay, wir haben den ersten Schlüssel, wie es aussieht. Weapon Shovel. Okay, Mann. Jetzt verprügeln wir die Nazis mit der Schaufel. Oh, wir haben noch 10%. Scheiße. Oh, da ist eine Wand. Da müssen wir rein. Scheiße, Mann! Wir sind schon wieder down. Aber das macht nix. Wir geben nicht auf. Wir sind immer noch in diesem Level aktiv hier. Okay, scheiße, Mann. Go, 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 komm. Wir basteln uns hier durch. Mit der Schaufel. Ist ja fast wie Minecraft hier. Okay, wir graben uns hier durch, Mann. Scheiße, Minecraft ist nicht dagegen. Okay, immer das. Das ist ein Vorrat oder so. Von hinten kommt man noch ans Ziel. Ja! Stirb, du dreckige Küche! Okay, scheiße, wir haben einen Bomben bei dir da. Hack die Piste aus. Ja! Scheiße! Ja! Stimmt raus, die Putterwelle! Ja! Schaufel, ich steh, Mann! T-t-t-t! Hau die Nazis weg, alle! Scheiße, Mann! 10%! Nein! Okay, kein Problem, es geht weiter, es geht weiter. Wir versuchen das immer wieder und immer wieder. Wir müssen den Big Boss töten. Okay, los, los, los. Alter, die ballern hier doof umher, Mann! Scheiße, wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Okay, jetzt aber, Mann. Es wird geschaufelt! Geschaufelt, was das Heugelt, Mann! Ja! Schütze, Mann, auf! Alter, die ballern hier doof umher, Mann! Ja! Scheiße, Freunde, ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Wir schaffen es nicht mehr. Okay, wir versuchen es noch. Okay, los, 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 los! Lass dich einfach stehen, Mann! Lauf einfach durch! Okay, los, los, los! Nächstes Level. Level 4. Okay, wir haben ein paar Messerchen. Double Schaufel. Los geht's, Mann! Was ist das denn, Mann? Helm in der Wand? Ja! Oh, wir haben wieder Munition. Oh, Scheiße, den Gegner, Mann! Okay, die war alles, Mann! Ja! Ja! Komm, hau aus! Hau aus! Okay, okay, okay. Alter, wofür ist ein New Order? Ist ja nichts dagegen, Mann! Scheiße! Okay, lauf, lauf, lauf! Scheiße, Mann, wir laufen jetzt einfach durch, Mann! Scheiße, auf alles! Geht, ja, komm! Scheiße, die ballern immer noch weiter, Mann! Das ist das Problem! Ich bin ein Krieger, Mann! Lauf, 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 lauf! Scheiße, hier, schaufel, 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 schaufel! Okay, es geht weiter. Mann, sind wir gut! Alter, wir sind kein Hundefutter! Den treten auch nicht! Ja, schau mal! Schöne, 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 komm! Oh, nein, Mann, moin! Einmal geht's noch, einmal geht's noch! Letzte Runde, ja, letzte Runde, komm! Hallo! Hallo! Mein alter Kollege! Ich bin entschuldig! 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 Oh, Alter, ist das der Mann? Big Boss! Oh, scheiße, Alter! Der hat fette MG zum Start! Oh, was war das denn, Mann? Der hat uns komplett weggehauen, Alter! Scheiße! Okay, jetzt aber mal! Schaufe erstmal stürmen, dann wegschaufeln, Mann! Okay, es geht los, Freunde! Es geht los! Sturmangriff! Jetzt fühe durch hier, Mann! Okay, wir müssen uns den Big Boss klar machen, hier! Oh, Alter, hier, paar Patronen! Halt die Schnauze! Oh, Alter! Oh, fuck! Scheiße, wir schaffen den nicht, Mann! Wir schaffen den nicht! Brauchen ein paar Waffen! Wir haben nichts! Wir haben gar nichts! Nicht mal eine Schaufel! Ah, hier, Munition! Hier war eigentlich kein Tierquäler! Scheiße, der lebt immer noch, Mann! Was soll man mit tun? Wir hängen fest, Mann! Hilfe! Freunde, es war meine Ehre, an eurer Seite gedient zu haben!